Was ist die DKE? Auf nationaler Ebene leistet die DKE ebenfalls einen großen Beitrag im Rahmen der Konformitätsbewertung. Die IEC-Konformitätsbewertungssysteme und die gesamten Vorteile, die Wirtschaftsakteure durch sie genießen, müssen im Einklang aller Mitglieder fortwährend gemanagt und weiterentwickelt werden. Die DKE als die nationale elektrotechnische Normungsorganisation setzt einen beträchtlichen Aufwand ein, um diese Systeme im Sinne der Gemeinschaft zu tragen und zu bewegen. Hierzu spiegelt die DKE jedes Konformitätsbewertungsmanagementsystem der IEC in jeweils einem nationalen Gremium, um den Erfolg und die Fortentwicklung zu sichern. Insgesamt haben wir sechs Gremien, innerhalb derer die Spiegelung stattfindet. Abseits der Sitzungen auf nationaler, der Management-Committee-Meetings auf internationaler Ebene fallen permanent Abstimmungen im schriftlichen Umlaufverfahren an, sodass die Systeme weltweit handlungsfähig bleiben. Nebenbei erwähnt, die Spiegelgremien setzen sich aus sämtlichen Stakeholdern zusammen, um möglichst alle Interessen in Einklang zu bringen. Hochkompetente Mitglieder aus sämtlichen Bereichen der Wirtschaft – Hersteller, Betreiber, Zertifizierer, Prüflabore, Behörden, Wissenschaft – tauschen sich regelmäßig aus und teilen ihr Wissen, wofür wir sehr dankbar sind. Die DKE ist somit Hüter der Prozesse und sorgt für einen gesicherten Rahmen, innerhalb dessen konsensfähige Entscheidungen entstehen, damit die DKE als das nationale Komitee der IEC mit einer Stimme für starke Entscheidungen sorgt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017